Hallo, hier ist der Martin von meine Bankiers, das ist die DAX-Analyse für Montag den 23.12.2019 und damit auch den letzten Tag vor Weihnachten. Ich denke, Sie wissen alle Bescheid, haben sich schon informiert, wie die Öffnungszeiten über die Feiertage sind. Wer das noch nicht getan hat, sollte vielleicht auch gerade die, die mit CFD handeln, da wird es doch teils von Broker zu Broker wirklich deutlich unterschiedlich gehandhabt, da nochmal genauer informieren, insbesondere diejenigen, die da noch offene Positionen drin haben. Wir haben die letzten Jahre immer wieder über die Feiertage deutlichere Bewegungen auch drin gehabt und das wäre dann ungünstig, wenn man dann mit einem größeren Gap irgendwie vor der Nase aufwacht. Letztes Jahr war es unten raus, ziemlich spektakulär geworden, als dann Trump sogar noch sagte, nachdem es an dem Tag quasi so eine richtige Squeeze-Spitze unten raus gab und Trump dann daherkam und sagte, es ist wunderbarer Zeitpunkt zum Kaufen, alles wieder nach oben schoss. Wenn ich mich ans Jahr davor erinnere, also wir hatten da glaube ich fast 250, 300 Punkte an einem Tag nochmal nach unten gesehen. Ich meine, es war der 25.12., weil dort die Amerikaner geöffnet haben und am 26. kam die ganze Kiste wieder zurück. Das war vor zwei Jahren nicht deutlich anders mit dem Unterschied, dass wir nicht zurückgekommen sind. Da ist immer gut 300 Punkte nach unten geprettert, über die Feiertage verteilt. Also ich glaube so 100 pro Tag hat er dann nach unten gelegt und ist dann relativ tief ins neue Jahr reingegangen. Das heißt, man sollte das nicht unterschätzen halt und hier denken, da ist immer Ruhe und da passiert nichts. Es ist halt wenig Liquidität im Markt und das nutzt der eine oder andere halt zu seinem Vorteil eben aus, um da ein bisschen was für sich zu erwirken. Ich bin dieses Jahr, ehrlich gesagt, wir waren ja letztes Jahr und auch vorletztes Jahr sogar, hatten wir blaue Routen nach unten noch drinstehen, weil der Markt vorher sehr schwach reinkam im Dezember, also den kompletten Dezember durchweg. Wenn ich mir jetzt anschaue, was unser DAX jetzt hier so gemacht hat und auch wenn ich mir anschaue, was die Amerikaner machen, vermute ich eher, dass wir dieses Jahr vielleicht mal einen Schlag nach oben rausbekommen könnten. Ohne dafür aber jetzt die Hand ins Feuer legen zu wollen. Das wird wahrscheinlich immer schon einen Grund haben, warum der Markt eben in so einer Zeit nochmal ein bisschen nach unten trödelt. Aber wenn ich mir die Amerikaner so anschaue, die ist langsam, die fangen da ganz schön an zu squeezen. Also da kommt mehr Dynamik rein und es ist halt nach oben. Wir haben da gestern schon mal drüber gesprochen. Ich möchte auch heute die Abschlussanalyse noch nicht machen, aber ich will auch nicht sagen, dass hier ein Crash kommen muss. Aber wenn man sich sowas hier im Nasdaq anguckt, dass ich persönlich, ich habe hier echt, ich liebe euch hier, dolle, dolle mit der 8, 8, 75, aber auch die 7, 95 hier. Also so ab 8, 8, 8 bis 8, 8, 75 und 9.000 sind ja echt so in der Zone, sind echt viele, viele interessante Übertreibungsziele. Und man muss aber aufpassen. Also viele, 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 ich kriege es immer wieder mit, die sehen sowas und sagen sich dann, okay, jetzt legen wir hier Short rein und kaufen einfach alle 100 Punkte nach. Ich kann mich erinnern an einen Premium-Dienst-Mitgliedsmenschen, der das damals, als wir da gerade angefangen hatten, April 2017, März, April 2017 hatten wir unseren Dienst gestartet und vorher hatten wir so einen kleinen, im kleineren Kreis wie so eine Tagesbetreuung für die Mitglieder drin. Das war an der Stelle, da hat er auch gesagt, er möchte jetzt einfach alle 100 Punkte im Dow Jones einen Short reinlegen. Wenn Sie sich dann angucken, was der Markt draus gemacht hat, muss man schon sagen, klar kommt er irgendwann mal zurück. Also wenn man hier alle 100 Punkte immer wieder nachlegt, klar kommt er irgendwann mal zurück, aber manchmal kommt er sogar nicht mal mehr unter den Ausgangspunkt zurück halt. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, dass man sich da nicht zu früh dagegen stellt, weil man glaubt, das fällt, sondern da eben, also das Richtige ist halt, in solchen Momenten mitzugehen, also long zu suchen, weil ich sehe sehr Stärke im Markt und dann aber eben sehr achtsam zu sein, wenn Umkehrsignale kommen. Wenn denn dann große rote Kerzen kommen, einfach mal was zu probieren, eng abzusichern und mitzunehmen. Also ich meine, wenn Sie hier auf die Kerze dann den ersten Short probieren, dann läuft Ihnen das zumindest mal ein bisschen an. Sie sehen dann, dass hier eine Flacke kommt, dann können Sie das vielleicht sogar noch auf einen Stand abschütteln. Wenn man hier nach so einer Umkehrkerze den ersten Short nimmt, hat man hier, kann man relativ knapp absichern, dann hat man vielleicht ein, zwei, drei Trades versemmelt. Der ist sogar relativ schick angelaufen hier. Auch hier hat man eine schöne Umkehrkerze. Auch hier oben, auch das ist erst ausgelöst worden durch eine Umkehrkerze hier oben. Hier nochmal eine zweite Umkehrbestätigung. Das heißt, auch wenn man hier oder hier eingestiegen ist, ist man immer noch besser dran, wie wenn man die grünen Kerzen da irgendwo wegverkauft. Also da Vorsicht und dann sollten wir hier so ein Melt-Up bekommen. Kann Ihnen keiner garantieren, dass der nicht erst hier oben bei 10,775 nach unten dreht halt, dass er sich noch ein bisschen hochschiebt, hier einfach über den Bereich drüber springt und wenn Sie da alle 100 Punkte nachkaufen, dann haben wir viel Spaß dabei. Da werden Sie irgendwann vielleicht mal auf einen Stand reinkommen, wenn Sie Glück haben. Aber Sie haben die ganze Performance ausgesetzt. Hoch, wie selbst dann runter zu, wenn er fällt. Weil Sie erstmal die ganze Bewegung wieder brauchen, bis er fällt. Also von daher schön immer darauf achten, bis auch tatsächlich Umkehrsignale sind. Man muss nicht da unbedingt eine rote Wochenkerze nehmen, kann auch auf Tagesebene da schauen, um sich das dann abzusichern. Aber trotzdem ist in solchen Momenten oft eher das Potenzial sogar noch auf der Oberseite, weil der Markt hat keine Grenzen mehr, ganzen Shorts springen raus. Das heißt, da werden eher die Kerzen nochmal länger, dass die richtig lang und dynamisch werden, bevor es dann eben so batscht. Und der Markt dann erst mal wieder zurückkommt und sich erholt. Und dann hätte man hier im Nasdaq jetzt, aber jetzt machen wir hier eine Nasdaq-Analyse. Ich will mit Ihnen nicht die Jahresanalyse machen. Wir wollen eigentlich für den 23, 12 den DAX machen. Ich wollte es Ihnen nur gezeigt haben, die sind massiv in der Übertreibung. Deswegen würde ich eher darauf tippen, dass wir jetzt über die Feiertage nach oben squeasen, dass wir die Shorts rausprügeln. Also auch wenn Sie so eine Tesla gesehen haben, die ist da jetzt auf neuen Allzeithochs. Da fliegt natürlich alles, was jetzt irgendwo dann noch im Leerverkauf drinne hangt. Die kriegen da richtig Stress jetzt. Und das ist nicht wenig, was da in der Tesla an Leerverkäufen drinne war. Wenn die dann irgendwann liquidieren müssen, weil sie es nicht mehr halten können, sind es immer wieder Käufe, die nach oben reindrücken und immer wieder reindrücken. Also Tesla finde ich momentan sehr interessant, weil die jetzt wirklich über dieses Niveau drüber gegangen ist, wo so diese typischen Stop-Begrenzungen sind. Also die hat neue Allzeithochs. Ich glaube, die kommt da auch bald wieder deutlicher zurück. Da sollte man auch mal auf ein Umkehrsignal gucken. Aber da sind noch Spitzen nach oben drin. So und wenn wir jetzt überlegen, dass sie letztes Jahr diese Spitzen nach unten hatten, wäre es jetzt nicht undenkbar, dass sie jetzt dieses Jahr nach oben kommen. Ich würde deswegen, wir haben im DAX hier, ich würde deswegen im DAX schon mal an dem festhalten, was sie hier gesetzt hatten. Und das war, wenn der Markt hier über die 250 geht zum Freitag. Dass er sich dann gut und gerne hier bis zur 300, bis zur 350, 360 noch vorarbeiten kann. Die 350, 360 hat er noch nicht erreicht. Wäre demzufolge noch möglich. Ich würde das jetzt sogar mal auf die 400 ausstrecken. Das Potenzial ist auf jeden Fall jetzt erst mal da. Können wir hier, naja, wir machen es mal so. Ich rechne nicht mit viel Bewegung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich zum Montag noch mal nach oben peit. Sollte er zum Montag nach unten kommen, hätten wir im Bereich um 210 erst tatsächlich den richtig ersten interessanten Punkt. Um die 230, 210. Das heißt, sollte der hier zurückkommen, sollte der unerwartet Schwäche zeigen zum Montag. Ich plane das jetzt erst mal nicht ein, aber Montage sind oft die Tage, die sich doch ein bisschen anstrengend dann nach unten zeigen. Also man sieht es häufig, dass er zwar gut reinkommt und dann aber wegrutscht. Deswegen würde ich sagen, sollte man ihm Platz geben bis 230. Das heißt nicht, dass er die erreichen muss, aber man sollte sich darauf einstellen, dass das der interessantere Rücklaufbereich wäre. Wir haben dazwischen noch um die 260, 250 so ein interessanter Punkt, aber wenn der runterrubbt, glaube ich, dass wir eine 210 durchaus sehen können. Auch schon am Montag, am 23.12. Von dort wäre dann erst mal wieder eine Erholung möglich und ansonsten alles, was dann hier so auch unter 200, unter 190 geht, wäre dann schon wieder kritisch zu werden. Kritisch im Hinblick auf ein Erreichen von 13.100, die dann da noch offen wäre und gegebenenfalls sogar noch tiefer. Wenn er dann die 13.100 hier unten nicht halten kann, gehe ich schon davon aus, auch weiterhin, dass sie dann noch richtig auf die Nase kriegen können und dann hier sogar noch mal an die Tiefs runterlaufen. Wir haben ein unheimlich gutes Börsenjahr gehabt. Vom 01.01. an die Märkte relativ knallhart durchgezogen. Jetzt steht ein Wahljahr bevor. Schauen wir uns aber im Jahresausblick noch mal ganz genauer an. Ich mache das meistens um 27.28. rum. Schicke ich auch hier über den Kanal dann das Video raus. Und ja, machen wir noch. Machen wir noch. Machen wir jetzt nicht heute. Sollen jetzt erst mal alle sich hier auf die Festtage konzentrieren können. Und wir nehmen hier oben aber mal noch einen Long Trigger mit. Dann sollte der DAX hier auch über die 300 gehen. Muss man damit rechnen, dass er hier oben die 430 attackiert. Und überhalb von 430 gehe ich dann auch fast davon aus, dass wir dann Richtung 530 schießen. Ja. So, machen wir erst mal so. Da sollte man ein neues Hoch sehen. Dann wird er da wahrscheinlich einfach nur zur Seite rumdödeln. Und noch nicht die 13.600. Das wären wir noch zu früh jetzt über die Feiertage, glaube ich nicht. Jo. Das sind die wichtigen Eckpunkte. 350, 360, die ist sehr wichtig. Wir haben unten die 250, 260 ist wichtig. Da haben wir eine schöne Spanne eigentlich hier so. 50 runter, 100 hoch. Das ist also wer attraktiv. Drunter eben wie gesagt nach Platz bis zur 13.220.210. Und dann bleibt mir nur zu sagen, dass ich Ihnen schöne Feiertage wünsche. Ruhige, entspannte Feiertage. Beachten Sie, die Amerikaner haben nur am 24. oder warten Sie, haben die nur am 24. oder nur am 25. Feiertag? Warten Sie mal kurz. Genau, das war es nämlich. Die Amerikaner haben am 24. voll geöffnet. Am 25. ist dort Börsenfeiertag. Am 26. und 27. dann dort wieder regulärer Handel. Im DAX kann es Ihnen ergehen, dass wir beziehungsweise Sie am 24., 25. und 26. das sind die Börsenfeiertage, keine Kurse bekommen. Das heißt, Positionen, die Sie im Montag reinlegen, kann es je nach Broker passieren, dass Sie die erst am Freitag, am 27. dann wieder auslösen können. Das sind drei Tage dazwischen. Drei Tage, an denen zumindest an zwei davon die Amerikaner handeln können, an denen vielleicht Trump auch irgendeine Jahresrede macht, an denen er irgendwelche Versprechungen für das neue Jahr macht, irgendeinen Neujahrsgruß, Weihnachtsgruß. Wie gesagt, letztes Jahr hat er gesagt, es ist ein wunderbarer Zeitpunkt zu kaufen. Ich glaube nicht, dass er sagt, es wäre ein wunderbarer Zeitpunkt, um die Aktien zu verkaufen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber man weiß bei dem Kerl nie, was er sagt oder was er machen wird. Und die können sich denke ich mal ausmalen, was dann passieren würde. Dann kann es sein, dass sie hier ganz entspannt mit einem DAX Long irgendwo bei 400 ins Wochenende gehen oder in die Feiertage reingehen und ihnen dann schlecht wird am 27. aber nicht vom vielen Essen, sondern weil das Ding irgendwo unter 13.000 aufmacht. Also nehmst es einfach zur Kenntnis, da ist viel Platz, da ist viel, über die Feiertage wird immer mal ein bisschen Stress gemacht. Haben wir oft genug gesehen. Überlegen Sie sich daher gründlich, was Sie ins Risiko gehen. Auch Aufwärtsgaps sind natürlich möglich. Nicht, dass jetzt einer der Meinung ist, nein, der Martin sagt hier, das kann Abwärtsgaps geben. Ich will Ihnen das bloß das Risiko verdeutlichen. Das kann nach oben genauso kommen. Also auch wer hier sagt, er legt jetzt ein Short rein, wenn das denn so riskant über die Feiertage wäre. Auch der kann erst über 13.500 aufmachen am Freitag. Also es ist ein bisschen unkalkulierbar. Überlegen Sie deswegen einfach, was Sie für Positionen mit in die Feiertage reinnehmen. Nicht, dass Sie sich dann großartig ärgern, wenn Weihnachten vorbei ist. Ansonsten ist dann der 31. nochmal ein Feiertag. Am 30. wird gehandelt und informieren Sie sich am besten nochmal selber, wie das bei Ihrem Poker ist. Das kann in Teilen abweichen. Auch wer irgendwie gerne mit limitierten Orders arbeitet. Da nochmal genau prüfen. Nicht, dass Sie dann mit irgendwelchen Out-of, wie nennt sich das, Out-of-Hower-Kursen ausgeführt werden. Manche Broker stellen nämlich, also gerade im CFD-Bereich, mit erhöhtem Spread dann trotzdem noch Kurser. Und da kann es dann passieren, dass Stopp und Einstieg vielleicht zu nah aneinander liegen. Wenn Sie da irgendwie mit 5 bis 7 Punkten Spread ausgeführt werden, informieren Sie sich da genau. Gut. Ansonsten ruhige, entspannte Feiertage. Ja, ich hoffe, dass Sie es genießen können, nicht arbeiten müssen. Und wir hören uns dann quasi am 26. am Abend wieder mit dem Video für den 27. Okay? Dann frohe Feiertage. Tschö. Und dann wieder mit dem Video für den 28. Okay? Dann frohe Feiertage. Tschö.